In der Folge, damit alle Platz haben, werden die schönen Ecken und Hinterhöfe Frankfurts verbaut und die Mittelschicht und die sozial Schwacheren müssen weichen, weil leider wieder kein bezahlbarer Wohnraum entstanden ist. Es wird Zeit, dass im Frankfurter Stadtparlament mehr Parteivertreter sitzen, die die Belangen der Bürger mit in den Ring werfen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Menschen sich abgehängt und nur als urbanes Wählervolk fühlen und dann die radikalen Ränder wählen. Außerdem kann ich mich über die stellenweise anspruchslose Simplifizierung und die unrichtigen Darstellungen der Stadtplaner Frankfurts vorsichtig ausgedrückt nur wundern. Die Idylle vergangener Tage wollen wir bestimmt nicht zurückholen. Im Gegenteil, wir wollen als engagierte Bürger und Fachleute zusammen mit Politikern die Lebensqualität in der Region und in der Stadt Frankfurt für die Zukunft erhalten und wollen nur Entschleunigung auf dem schwer zu bremsenden Wege zur Megametropole. Ein Nicht-alles-zubauen wünschen sich zahllose Frankfurter. Es wird dargestellt, als wollten die Wachstumsskeptiker keinerlei neue Arbeitsplätze mehr in Frankfurt und uns wird dreckreich unterstellt, ob wir der Jugend Jobs und Wohnungen verweigern wollen. Tatsache ist, dass wir und die Politiker uns einig sind, dass wir neue Jobs wie die der viel zitierten Krankenschwestern, viele andere dringend notwendige Dienstleister brauchen. Wir wollen doch eine gesunde, lebendige Stadt mit einer gemischten Bevölkerung und wohlüberlegten neuen Arbeitsplätzen. Wir wollen doch eine gesunde, lebendige Stadt mit einer gesunde, lebendige Stadt mit einer gemischten Stadtkirchen. Wir wollen doch eine gesunde, lebendige 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 Stadtkirchen.